Hallo allerseits! Der zweite Teil der Sternenträger-Kampagne ist erschienen und natürlich konnte ich nicht widerstehen und musste da mal einen Blick reinwerfen. Der Titel ist ja schon seit einer Weile bekannt. Er lautet Der Klang des Feyrasal und ich denke, nicht wenige haben sich gedacht, als sie diesen Titel gehört haben. Was zum Henker ist Feyrasal? Diese Frage wird der Spielleitung freundlicherweise bereits in der Einleitung beantwortet. Feyrasal bedeutet übersetzt in etwa Ich denke, man erkennt das Wort Fey, das normalerweise Elf bedeutet, und Sal oder Sala, das für Lied steht. Die geknurrte Silbe Ra repräsentiert demnach die Verneinung. Beziehungsweise die Verzerrung des Liedes. Istira und Astaria sind ja sehr lautmalerisch und das R markiert häufig, dass etwas wild, böse oder gefährlich ist. Den Donnerbach nennen die Elfen zum Beispiel Grondaril. Darin hört man gewissermaßen schon das Gurgeln des Flusses und eben auch seine Gefährlichkeit. Von vielen Substantiven gibt es deswegen zwei Varianten. Ein Mensch kann zum Beispiel Thaler sein oder Telor. Und das sind nicht etwa die männliche und die weibliche Form, wie unser Bandstrahler noch immer denkt, sondern Thaler ist ein friedlicher Mensch und Telor ein gefährlicher Mensch. Gefährlich natürlich für den Elfen, der ihn als solchen bezeichnet. Nicht-Elf, also Fey-Ra, meint allerdings keinen Menschen. Auch keinen Zwerg, Ork, Goblin oder anderen Humaniden. Nicht-Elf meint das dunkle Spiegelbild eines Elfen, das sich zu einem Elfen verhält, wie das namenlose Dasa, das Nicht-Licht, sich zum Ski verhält, dem Licht, aus dem die Elfen kamen. Kurz, ein Nicht-Elf ist ein Nachtalp, ein Shakar-Grar. Und genau um die geht es im zweiten Abenteuer der Kampagnen. Denn es geht nach Norden. Noch nicht ganz bis zum Himmelsturm, sondern erst einmal nur bis zum Heiligtum der alten Götter im Norden von Yetiland. Das Abenteuer fängt da an, wo Ruf der Baha-Lühe aufgehört hat. Die Helden waren siegreich und stehen vor der Baha-Lühe, an der die Zeit nicht spurlos vorübergegangen ist. Aber ihr fehlt nichts, was man nicht reparieren könnte. In dem Abenteuer ist das wunderschöne Artwork von der Baha-Lühe drin, das wir schon auf der Radcon 2018 bewundern durften und das seitdem im Internet herumspukt. Außerdem enthält das Abenteuer eine ausführliche Beschreibung der Baha-Lühe. Besonders gut finde ich da die Angaben zu den Lebens- beziehungsweise Strukturpunkten der Baha-Lühe und die Angaben, wie genau sich verschiedene Grade von Beschädigung auswirken. Die Baha-Lühe ist, wie gesagt, zu Beginn des Abends nicht in Bestform. Das heißt, das erste Ziel der Helden wird sein, das Flugschiff wieder flott zu machen. Aber die Baha-Lühe wird später dann auch in Luftkämpfe verwickelt werden. Und ich finde es gut, dass man dann da Regeln dafür hat, was ist, wenn dieses oder jenes einem Schiff beschädigt wird beziehungsweise wie viel Prozent von dem Schiff beschädigt sind. Es geht also erst mal um ganz banale Aufräumarbeiten. Die Baha-Lühe muss von Schlingpflanzen befreit werden, es müssen durchgefeilte Bretter ausgetauscht werden, die Segel müssen geflickt werden und, und, und. Als ich mir das durchgelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, könnte vielleicht ein bisschen langweilig werden. Ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht bietet das ein bisschen Raum für Charakterspiel. Ich glaube, meiner Gruppe könnte das gefallen. Aber ich persönlich bin bei Abenteuern eigentlich eher ein Freund von Medias in Respegin. Also erst irgendwas Spektakuläres und dann eine Ruhephase. Und der Klang des Felrasal beginnt eher gemächlich. Aber die Autoren haben das bedacht. Großes Lob dafür. Deswegen gibt es einen parallelen Handlungsstrang zu den Restaurierungsarbeiten am Schiff. Und zwar entwickelt der Herr Magister Hilberto von der Akademie der Geistreisen Ambitionen, die Baha-Lühe als spektakuläres elvisches Artefakt nach Belhanka zu bringen, um dadurch seine Karriere ein wenig zu befördern. Die Helden müssen das zwischen morschen Planken und Segelflicken via Menschenkenntnis erkennen und dann verhindern, dass der Herr Magister sich mit dem Schiff davon macht. Wie gesagt, mir gefällt das gut. Das ist irgendwie dieses profane Element, das meines Erachtens eine Elfenkampagne braucht, um irgendwie einen Kontrast zu dem ganzen Hochelfen-Zeugs und der Magie und all dem zu schaffen. Und genau deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass das Abenteuer Hilberto quasi entschuldigt, indem es sagt, ja, also nach dem Kampf spukt hier noch das Schattenecho von Arantalwa herum und das hat sich eben auf Hilberto gelegt. Und dieses Schattenecho bringt quasi seine negativen Seiten zum Vorschein. Ich habe nichts gegen Arantalwa und dass der hier noch mit mischt, aber das nimmt Hilberto irgendwie aus der Verantwortung. Und das finde ich schade. Ich brauche eigentlich keine übernatürliche Erklärung für die Schlechtigkeit der Menschheit. Insofern, ja, hätte nichts sein müssen. Und alles in allem ist das Problem mit dem Magister auch relativ schnell gelöst, denn sobald die Helden ihn eben gefangen gesetzt haben, ist er ja keine Bedrohung mehr und da die Bahalür auf ihrer Reise sowieso an Gerasim vorbeikommt, können die Helden ihn dann da abliefern und sein Plotstrang endet dann damit auch. Ich glaube, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen länger dabei gehabt, so als jemanden, auf dessen Hilfe man angewiesen ist, aber dem man auch nicht wirklich trauen kann. Ich glaube, das hätte interessant sein können, aber es ist, wie gesagt, sehr einfach, ihn in Gerasim loszuwerden und ich denke, die meisten Gruppen werden das tun, weil es sich wirklich sehr anbietet. Sobald die Bahalür repariert und befreit ist, zieht es sie, wie gesagt, nach Norden. Sie klappert dabei Stationen ab, die Amalaya, ihre Baumeisterin, vor langer Zeit ebenfalls besucht hat. Und zwar mit dem Ziel, das nächste Bruchstück von Amalayas Seelenlied zu finden, das sich offenbar an ihr Yama, an ihr Seeleninstrument, geheftet hat. Dieses Seeleninstrument wird allerdings im zweiten Abenteuer noch nicht gefunden, denn Amalaya hat es offenbar im Himmelsturm verloren, als der Himmelsturm fiel. Stattdessen lernen die Helden erst mal die Bahalür zu segeln und erfahren an den verschiedenen Stationen mehr über Amalayas Leben. Amalaya reiste zum Himmelsturm, um Schiffsbauerin zu werden. Dementsprechend war sie auf der Hinreise auch sehr enthusiastisch und damals war sie auch noch sehr der Göttin Nurti zugeneigt. Sie musste dann allerdings den Fall des Himmelsturmes miterleben, deswegen war sie auf der Rückreise nach Süden gebrochen und hat sich dann immer mehr Zerzahl zugewandt. Diese Erinnerungen sind durchmischt und die Helden müssen sich erst mal über die Chronologie klar werden und da irgendwie Ordnung reinbringen, so dass das Ganze für sie Sinn ergibt. Aber ich denke, das sollte nicht allzu schwierig sein und es setzt sich dann so mit der Zeit zusammen. Ich denke, das ist ganz schön. Ich mag diese Szenen, weil sie lebendige Historie sind, ohne dass man jetzt auf sowas wie Zeitreisen zurückgreifen muss. Aber das Ganze steht und fällt echt damit, ob sich die Helden für Amalaya interessieren. Also, wenn die Spielleitung daran scheitert, Amalaya für die Spieler interessant und sympathisch zu machen, dann funktioniert meines Erachtens die ganze Kampagne nicht. Das ist eine gewisse Herausforderung, irgendwie so der Knackpunkt an dem Ganzen, aber ich denke, es ist jetzt nicht unschaffbar. Was an diesen Traumszenen? Naja, Traumszenen. Also, sie finden in Madayas Träumen statt. Das ist ja eine der Fähigkeiten der Bahalür, zwischen der Wirklichkeit und Madayas Traum zu wechseln. Aber sie sind eben auch Erinnerungsszenen. Das heißt, dass die Personen, die in diesen Szenen auftreten, unterschiedlich klar definiert sind, je nachdem, wie viel Amalaya mit ihnen zu tun hatte. Das heißt, Elfen, die sie nur mal kurz gesehen hat, die sind auch sehr Stereotyp und machen auch nicht viel. Dagegen Elfen, die Amalaya besser kannte oder mit denen sie mehr Zeit verbracht hat, die sind dann auch ausgeformter und haben mehr Persönlichkeit. Das ist etwas, was im Rollenspiel eigentlich immer so ist. Also man hat immer wichtige Figuren mit Hintergrundgeschichte, die irgendwie komplexer sind und die generischen Stadt wachen, die teilweise nicht mehr einen Namen haben. Aber dadurch, dass wir es hier mit Erinnerungsszenen zu tun haben, bietet sich da irgendwie eine interessante Erklärung dafür. Das finde ich ganz nett. Die Traumszenen sind außerdem in körperlich und geistig unterschieden. Also in manchen können die Helden wirklich Schaden nehmen und in anderen nicht. Ich glaube, ich würde das vereinheitlichen, weil das für die Spieler relativ intransparent ist, wann ihre Charaktere jetzt sterben können und wann nicht. Und da die großen Kampfszenen sowieso alle als körperlich markiert sind, würde ich einfach die kleineren Szenen auch körperlich machen. Ich sehe da keinen Nachteil darin und ich denke, das schafft für die Spieler irgendwie mehr Klarheit. Folgen wir mal der Reiseroute. Also, besucht werden in den Traumszenen erst einmal ein Wachturm von Dali Riela in der Nähe von Gerasim. Das ist das, wo ich gesagt habe, dass die Bahalyr quasi sowieso bei Gerasim vorbeifliegt. Dann die Stadt Dali Riela selbst, die etwas nördlich von Oblarasim lag. Dann die Festung Andion und das Tor zum Norden, westlich vom Blauen See. Die Insel Tirlokkaren in der Bernsteinbucht. Und der Schlusspunkt ist dann das Heiligtum der Alten Götter im Norden von Yetiland. Die Bahalyr folgt Amalayas Reiseroute beziehungsweise ihrem Seelenlied, wenn man so will. Wenn die Helden davon abweichen wollen, gibt es Erschwernisse. Sie sind also nicht wirklich frei, dahin zu fliegen, wo sie hinfliegen wollen. Andererseits fliegt die Bahalyr aber auch nicht von alleine, sondern sie braucht eine Besatzung. Denn sonst könnte sie die anderen Bruchstücke ja auch alleine suchen. Ich empfinde das ein wenig als Gängelung der Spieler, aber andererseits ergibt es schon auch Sinn, dass die Bahalyr als beseeltes Artefakt selbst Vorstellungen davon hat, wo sie hin will und wo nicht. Es kommen allerdings später Szenen, wo der Orientierungssinn der Bahalyr gestört wird. Und da können dann auch die Helden etwas mehr glänzen und auch was leisten, indem sie zum Beispiel den Kurs auf profane Weise wiederfinden, indem sie sich an den Sternen orientieren oder indem sie dann im Kampf irgendwelche Ausweichmanöver fliegen oder so. Also das finde ich gut und wichtig, dass es diese Möglichkeiten dann auch noch gibt. Sobald die Bahalyr das Tor des Nordens passiert hat, dreht das Abenteuer auf. Hier kommen nämlich die Chakagra vom Stamm der Nye Ashur sowie ein waschechter Gletscherwurm ins Spiel. Die Nye Ashur wurden in dem Abenteuer Klingen der Nacht eingeführt und dementsprechend viel nimmt Klang des Feyrasal auch Bezug auf dieses andere Abenteuer, das ja auch von Dominik Ladek ist, der einer der zwei Autoren von Klang des Feyrasal ist. Es ist natürlich nicht gut, wenn man zum Leiten eines Abenteuers noch ein anderes Abenteuer braucht, aber vielleicht möchte der eine oder andere Klingen der Nacht ja vor der Sternenträger-Kampagne spielen. Das wird zumindest im Abenteuer angedacht und dann lohnt es sich auch etwas mehr, sich beide Abenteuer zu besorgen. Ob man das wirklich braucht? Naja. Also ich denke, es ist tendenziell schon wünschenswert, auch noch einen Blick in das andere Abenteuer zu werfen, weil da einfach noch mehr Informationen zu den Shakagra drin sind. Die Nachtalben nur auf Basis von Klang des Feyrasal vernünftig darzustellen, finde ich ein bisschen schwierig, weil da einfach sehr viel Hintergrund fehlt. Für die Shakagra, die einfach nur als Gegner auftreten, braucht man vielleicht nicht so furchtbar viel Hintergrund, aber es taucht auch noch eine alte Bekannte aus Klingen der Nacht wieder auf, mit der man sich auch sehr ausführlich unterhalten kann. Und zwar Kydaka Eisblüte. Kydaka ist eine Shakagra-Gelehrte, die sich vom Namenlosen abgewandt hat und an die Oberfläche gekommen ist, um mehr über die wahren Elfengötter herauszufinden. In Klang des Feyrasal wird sie von einer Rotte Shakagra über das Pack-Eis gejagt und das Abenteuer legt es den Spielern ziemlich nahe, ihr zur Hilfe zu kommen und sie an Bord zu holen. Dafür kriegen sie dann Informationen über Rül'Arc, den Himmelsturm und vor allem Orima, die ja für die Kampagne von besonderer Bedeutung ist. Erstere Informationen sind allerdings in Klang des Feyrasal nicht enthalten. Da steht zwar, dass Kydaka was über diese Sachen erzählen kann, aber es steht nicht, was sie davon eigentlich erzählen könnte. Da müsste man im Endeffekt dann schon das dritte Abenteuer vorliegen haben. Das ist momentan etwas unglücklich, aber immerhin nur ein temporäres Problem. Sobald der Abgesang des Omethion dann vorliegt, kann man einfach ein bisschen vorblättern und das Problem ist gelöst. Aber das geht jetzt natürlich noch nicht. Man muss sich also momentan seine Informationen noch irgendwo anders herholen. Vorzugsweise aus der Phileas-Sonsaga, denn sonst hat Kydaka leider nicht allzu viel zu erzählen. Vielleicht erinnern sich manche von euch, dass Frosty Klingen der Nacht rezensiert und eine Überarbeitung davon vorgelegt hat. Dabei hat er den Rat gegeben, Kydaka zu streichen, weil es einfach sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand vom Namenlosen loskommt und anfängt, andere Götter anzubeten. Das würde ich in Klang des Feyrarsal nicht unbedingt empfehlen, weil das Abenteuer außer Kydaka nicht so wahnsinnig viele NPCs mit Wiedererkennungswert hat. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das bringt einfach die Reise auf einem fliegenden Zauberschiff mit sich. Man ist halt in erster Linie mit der Besatzung beisammen und man kann sich mit dem Schiff auch nirgendwo in der Zivilisation blicken lassen, denn man hat ja am Anfang an der Episode mit dem Belhankaner Magister gesehen, wozu das führen kann. Die Besatzung der Baha Lühr besteht neben den Helden noch aus Anastasius, der alternden Spektabilität von Gerasim, seiner Assistentin Adepter Tassia und der Waldelfe Seri. Die haben alle drei durchaus das Potenzial sympathisch zu sein, aber außer ihnen begegnen die Helden halt vor allem den Erinnerungsversionen längst verstorbener Hochelfen. Ich würde das so lösen, dass ich einerseits noch mehr Besatzung mitnehme, was Ruf der Baha Lühr auch als Option aufzeigt. Also ich bin sicher, da könnte man sich noch Figuren vorstellen, die da einen Mehrwert an Bord hätten. Ich habe auch bei den ganzen Schiffsbeschreibungen Lust auf eine Figur bekommen, die irgendwie mehr mit Seefahrt zu tun hat. Also falls das nicht einer der Helden vielleicht mitbringt, wäre das vielleicht ganz schön. Und unabhängig davon, wie man von Anfang an noch mitgenommen hat, würde ich Kudaka möglichst schon eine Weile mitnehmen. Vielleicht sogar bis zum Monument der alten Götter, weil ich mir davon als Spielleitung interessante Konflikte verspreche. Das hängt natürlich auch von den Spielern ab. Also wenn die sie unbedingt loswerden wollen, dann kann ich da als Spielleitung auch nichts machen. Aber ich glaube, das könnte interessant sein. Denn Kudaka ist einerseits eine gute Informationsquelle, wenn man vorher gut genug recherchiert natürlich. Andererseits irritiert ihr verzerrtes Lied die Bahalür und ich könnte mir auch sehr gut Probleme mit der Waldelfe-Serie vorstellen, wo sie sich dann wieder die anderen Besatzungsmitglieder positionieren müssen. Also ich sehe da schon Potenzial, wenn man sie eine Weile dabei hätte. Ich würde mir allerdings intensiv Gedanken machen, wie ich ihren Verrat am Namenlosen motiviere. Dieser Verrat ist Teil ihrer Vorgeschichte und wird dementsprechend in beiden Abenteuern nur relativ kurz angerissen. Aber ich denke gerade, wenn sich Spielercharaktere mehr mit ihr auseinandersetzen und da vielleicht auch Fragen stellen, sollte man da ein bisschen bessere Antworten darauf haben und sich vielleicht überlegen, ob es da ein Schlüsselerlebnis gab oder weil niemand wendet sich aus Jux und Tollerei vom Namenlosen ab. Und für diejenigen, die gar nicht mit der Vorstellung klarkommen, dass es vom Namenlosen nochmal einen Weg zurückgeben könnte, wer weiß, vielleicht ist das ja nur ein temporärer Ausflug. In der Simjala-Kampagne gibt es einen Hochelfen, der sich von Padona losgesagt hat, aber in dem Moment, wo sie mit den Fingern schnipst, kommt er zu ihr zurückgekrochen. Das gibt ja eine wunderbar tragische Geschichte und ich meine, keiner weiß, wie es mit Kydaka in den kommenden Jahrhunderten oder Jahrtausenden weitergehen wird. Also vielleicht werden wir nur Zeuge ihres Versuches, vom Namenlosen loszukommen. Ob sie das dann letztlich schafft, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Das wäre eine Erklärung, mit der ich für meinen Teil recht gut leben könnte. Abgesehen davon, dass Kydaka wieder auftritt, hat Klang des Feirasal viele Probleme, die Frosty an Klingen der Nacht aufgezeigt hat, nicht. Weil es eben nicht 150 Nachtalben sind, sondern bloß eine einzige Rotte, die hinter Kydaka her ist. Und diese Rotte tritt auch nicht geschlossen auf, sondern es sind eigentlich die meiste Zeit einzelne Mitglieder, die auftreten und die dann auch entsprechend zur Geltung kommen. Die Eishabchen, die Frosty in Klingen der Nacht zu viel waren, sind in Klang des Feirasal genau richtig und zwar aus dem simplen Grund, dass sie Flügel haben. Also mir gefällt dieser Ansatz, dass sie auf der Baha Lühr erstmal ein wenig Psychoterror veranstalten, Segel zerfetzen, Gemeinheiten kreischen, einfach da sind und beobachten und die Helden wissen ganz genau, wenn die zurückfliegen, berichten sie den Chakagra alles, was sie gehört haben und wo sie hinfliegen und dafür sind die Harpien perfekt. Außerdem sind sie eine Backup-Option für die Chakagra, um im großen Kampf am Schluss an Bord zu kommen. Klar haben die noch andere Möglichkeiten, aber wenn sich die Helden da sehr geschickt dagegen verteidigen, dann wären eben die Harpien noch eine Option. Wenn die Bahalue zum Beispiel sehr hoch fliegt und dann sowas wie Enterhaken keine Option mehr sind, dann können die sich immer noch vor den Harpien hochtragen lassen, wenn man auf Chakagra im Endkampf nicht verzichten möchte. Außerdem haben wir noch einen Eisgin und einen Karakil, die man vermutlich eher nicht gleichzeitig auftreten lassen sollte, aber ich denke, das lässt sich arrangieren. Optional ist eine Vierundsbär Harpien Chimäre, die man in einem Abenteuer an verschiedenen Stellen einsetzen kann. Ich persönlich würde sie nicht im Finale bringen, denn da taucht schon der Gletscherwurm auf und meiner Meinung nach ist der Drache erstens episch und zweitens tödlich genug, da brauche ich nicht auch noch eine Chimäre. Was macht eigentlich der Gletscherwurm da? Der Gletscherwurm kommt auf folgende Art und Weise dazu. Und zwar haben die Chakagra ihn davon überzeugt, dass die Helden eines seiner Jungen getötet haben. Und je nachdem, wie sich die Helden vorher verhalten haben, kann das wahr oder gelogen sein. Die Helden bekommen jedenfalls im Vorfeld die Chance, eine Gletscherwurm Raupe zu töten. Ob sie das dann natürlich machen, ist die andere Frage. Aber naja, eine Gletscherwurm Raupe ist jetzt kein niedliches Drachenbaby. Das heißt, ich denke, das ist durchaus eine realistische Option, dass einige Gruppen das auch tun. Aber je nachdem, wie sie sich da eben verhalten haben, kann es während dem Kampf durchaus eine Option sein, mit dem Drachen zu reden, sodass der sich dann hoffentlich gegen die Shakagra als die Wahnmörder wendet. Ich stelle es mir zwar nicht leicht vor, einen angreifenden Drachen von irgendwas zu überzeugen und die angegebenen Erschwernisse spiegeln das, glaube ich, wieder. Aber andererseits unvorbereitet einen Drachen zu töten, ist auch nicht unbedingt so wahrscheinlich. Also ist der Dialog eventuell eine Option, wie die Gruppe überleben kann. Und unabhängig davon ist es auch eine Art und Weise, wie sich pazifistische Charaktere während dem Kampf beschäftigen können. Weil das ist bestimmt eine sinnvolle Art und Weise, den Kampf zu vollbringen, indem man versucht, den Drachen davon zu überzeugen, dass man nicht sein Feind ist. Auf diese Art und Weise leisten die dann auch etwas Sinnvolles. Das Abenteuer endet dann recht friedlich am Heiligtum der Alten Götter und dieses Heiligtum der Alten Götter ist so eine Art Leuchtturm, der den Weg zum Himmelsturm weist und dann quasi auf das nächste Abenteuer hin. Ich habe mich beim ersten Abenteuer einer Wertung enthalten und auch wenn das diesmal mehr eine Rezension und nicht nur ein Kommentar war, denke ich, dass ich das erstmal beibehalten werde, denn ich hätte die Kampagne gerne erst als Ganzes vorliegen, bevor ich mir da ein Urteil bilde. Klar muss jedes einzelne Abenteuer für sich genommen spielenswert sein, aber sie haben eben auch eine Funktion im Rahmen der Kampagne zu erfüllen, die determiniert, was an dieser Stelle möglich ist und was nicht. Ich finde zum Beispiel auch so Aussagen wie der dritte Herr der Ringe Film ist besser als der erste nur mäßig hilfreich, denn der dritte Herr der Ringe Film wäre nicht möglich ohne die Vorarbeit, die vom Ersten geleistet wird. Und ich denke, so ähnlich verhält sich das auch mit den Abenteuern einer Kampagne. Ich denke, ich habe trotzdem Schwachpunkte genannt, wo ich welche sehe und auf der anderen Seite aber auch Sachen, die mir gefallen haben. Das heißt, ich denke, es hilft euch trotzdem ein wenig bei der Orientierung, ohne dass ich das jetzt quantifizieren muss. Das Abenteuer hat auf jeden Fall das Potenzial, Spaß zu machen und auch wenn ich natürlich darauf brenne, den Himmelsturm zu sehen, sehe ich auch, dass die Helden da natürlich erstmal hinkommen müssen. Und der Klang des Feirazal ist nicht die schlechteste Art und Weise dahin zu kommen. Ich wünsche also euch und euren Gruppen viel Spaß mit dem Abenteuer und ich denke, wir hören uns dann spätestens zu Teil 3. Sanja Sala